Was ist eigentlich das Darknet bzw. das Deep Web? Auf jeden Fall nicht dasselbe. Das Darknet wird extrem oft mit dem Deep Web verwechselt. Ins Deep Web gehören alle Webseiten, die man nicht mit normalen Suchmaschinen finden kann. Das sind hauptsächlich Datenbanken. Ein spezieller Teil des Deep Webs ist das Darknet. Dieser Teil besteht aus Webseiten, die über Linksammlungen miteinander vernetzt sind. Und wie der Name schon sagt, ist das die dunkle Seite des Internets. Hier gibt es Drogenhandel, illegale Pornografie, die Möglichkeit heimlich Kryptowährungen zu erwerben und vieles, vieles mehr. Aber wie finde ich diese geheimen Webseiten? Deep Webseiten gibt es viele und einige davon sind nicht allzu schwer zu finden. Beim Darknet ist das schon etwas komplizierter. Als erstes braucht ihr den Browser Tor, mit dem ihr die Webseiten finden könnt. Zusätzlich braucht ihr noch ein VPN. Wenn ihr genaueres dazu wissen wollt, schaut einfach mein Video dazu, in dem ich es Schritt für Schritt erkläre. Ich hoffe, dass ich euch Antworten auf eure Fragen geben konnte. Viel Spaß im Internet und Ciao! www.dialogix.de 05-1-4-50-B-1-0-0-1-4-6-7-5-27-9-5-5-7-0-5-6-0-7-8-2-5-6-5-7-7-7-7-7-8-4-7-8-5-6-8-6-9-7-8-7-7-8-7-8-7-8-9-8-8-7-7-9-8-9-7. Untertitelung des ZDF für funk, 2017